Happy Weltfrauens-Tag. Also für mich, Frauen zu sein, das heißt einfach die Möglichkeit, das zu erleben, was ich als Mensch auf dieser Erde erleben möchte, ohne dass eine Frau zu sein ein Hindernis wird. Frau zu sein bedeutet für mich Emotionalität pur. Frau zu sein bedeutet für mich Sinnlichkeit pur. Liebe Damen, alles, alles Gute zum Weltfrauentag. Doppeltes Bussi. Frau zu sein bedeutet für mich, zu lieben, zu lachen, zu führen, zu kreieren und das alles facettenreich zu leben. Frau sein bedeutet für mich, eine Stärkung auszuleben, aber im richtigen Moment auch schwach sein zu dürfen an einer starken Schulter. Und das genieße ich ganz besonders und ich wünsche euch einen wunderbaren Weltfrauentag.